Jo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem zu einem Vlog nach langer Zeit mal wieder. Ja heute gehe ich wieder auf den Pump Track mal wieder. Vielleicht noch ein kurzes Update zu meinem Bike. Also ich habe die Vorderradbremse jetzt mal weggenommen, weil ich wollte eigentlich mal ein Wheelie ohne Vorderrad machen. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Achso ja und diese Schaltung auf der linken Seite habe ich auch weggenommen und aus irgendeinem Grund rutschen bei mir diese Gummidinger immer so nach innen. Die waren mal hier außen. Auf jeden Fall, die Wheelies habe ich nicht verlernt. Der Typ hat irgendwie so einen Spruch gesagt, Rene Schurter kommt oder so. Ich habe keine Ahnung von so irgendwelchen Profi-Fahrradfahrern und so. Wahrscheinlich ist dieser Rene Schurter irgend so ein Biker und ja. Ja ist er und er heißt Nino Schurter. Naja was soll's. So, jetzt gehen wir mal rüber. Hier ist sogar ein Fahrradweg. Hey, tschau, tschau. Hey, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau. Hey, Sarabin. Weißt du wie man die nach aussen schiebt? Keine Angst mit der Zeit. Rutscht jetzt immer wieder rein. Ja. An dieser Stelle noch ein grosses Dankeschön an alle, die mich motiviert haben, wieder einen Bike-Vlog zu machen. Insbesondere zweifach Sami. Danke auf jeden Fall und weiter geht's. Tobi, was geht's? Alles gut? Ja, dann habe ich wieder mal versucht, Bunnyhops zu üben. Naja, ich bleib wohl besser bei den Sachen, die ich auch einigermaßen kann. Oh, shit. Oh, das stimmt gar nicht. Jetzt keine Hand. Hast du keine Hand probiert? Oh, shit. Oh, scheiße. Okay, besser nicht. Also gab es mal wieder ein bisschen Pump-Track-Double-Action. Nach ein paar Versuchen habe ich es dann auch ohne Hinterrad-Zerstörung geschafft. Ja, und anschliessen wollte mir jemand so ein richtig cooles Video zeigen. Ähm, nice, danke. Und zum Abschluss musste ich natürlich noch den legendären Mod-Med-Trick machen. Scheiße, wie habe ich den Trick gemacht? Ich habe den Trick probiert, wenn ich da auf dem Stuhl gestanden bin. Dann war es aber auch schon Zeit, sich zu verabschieden. Und ja, natürlich hat sich der Mod-Med so gedacht, heute habe ich noch ein bisschen zu wenig reingekackt. Ja, das war wohl ein bisschen zu eng. That's what she said. So, noch ein kurzes Outro. Ich hoffe, der Ton von der GoPro ist gut genug. Ich habe jetzt nicht extra mein Mikro dran gemacht. Ich habe noch kurz mein Knie kaputt gemacht. Ne, funktioniert noch. Ja, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Wuuu. Eigentlich kann ich diesen Clip gerade als Outro benutzen. Ne, wir benutzen lieber den hier.